Hhhhhhhh Hhhhhhhh Und, wie viel so schwarze Karos waren's, sind das auf dem Boden? Ist das jetzt der Ernst? Entschuldigung Es sind genau 658 Schwarze Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Klapp's ruhig Alles klar Musst du biseln Ja, schon haben wir noch Zeit für sowas Ja, nicht wirklich Ja, leg mich doch an Das ist wunderschön Prinz Harald und auch Resi Was ist euer Lieblingsfußballklub? Bayern Sechziger Na, Mahlzeit Leute, es ist so unglaublich wichtig, wenn's woanders scheißen gehst, dass du das Papier zusammenfaltst Weil dieser einlagegekrampf dir grad beim Dünnschiss immer durchwacht Fix, und bei mir hört das auch nimmer auf Die Scheißerei hört bei mir einfach nimmer auf Es hört nicht mehr auf Ja, ich weiß, mein Aldi hat gesagt Fries dich näher sollts nicht Die steht schon eine Woche im Kühlschrank Da kriegst du Scheißerei davon Und was soll ich sagen, sie hat recht gehabt Und durchgeräumt hat sie mich durchgeräumt Das war der Hammer Der Arschtag, der Dörtblecke Und seitdem Geht's voll bergauf Das ist voll geil Ja, und wie er der liebe Hergut schon immer gesagt hat Wenn der Aldi schimpft, du stinkst dir wie ein Kohl Dann reischt die Pate auf Und schreischt halt's Maul Ja, lad mich doch mal ihn rau Hmm 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 Untertitelung des ZDF, 2020